Ja, übers Wochenende hat vor allem eine Meldung meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Bloomberg hat berichtet, dass Apple an einer besonders robusten Extremsport-Abenteurer-Apple-Watch arbeite oder arbeiten könnte. Vielleicht schon Ende dieses Jahr oder Ende nächstes Jahr könnte so eine Uhr auf den Markt kommen. Wie gesagt, alles voller Konjunktive, könnte es Rätsel raten, ob es auch was ist. Aber ich fand die Idee unglaublich spannend. Ich habe mich schon länger mit solchen Gedanken getragen und immer ein bisschen überlegt, wie könnte sowas ausschauen. Nun, dass, naja, offiziell ist es ja noch nicht, aber so halboffiziell kann man es ja mal nennen, kann man sich da ruhig ein bisschen Gedanken zu machen. Und auch ein Video, habe ich mir gedacht. Ich habe auch auf YouTube, Twitter und Telegram eine kleine Umfrage gemacht, um mal zu schauen, was interessiert euch an so einer Outdoor, nennen wir sie Outdoor-Apple-Watch. Was ist daran spannend? Klar, ich persönlich bin ein Fan von ein bisschen wuchtigeren Uhren. Ich war lange Jahre großer G-Shock-Fan. Also Fan bin ich immer noch, aber ich trage sie heute einfach nicht mehr. Aber daran habe ich immer noch sehr viel Freude. Und ich würde sagen, wir schauen uns die vier spannendsten Punkte einer solchen Outdoor-Apple-Watch ganz kurz an. Ja, da ist Punkt eins, was die meisten auch in den Umfragen interessiert hat. Das ist natürliche Kratzfestigkeit, Bruchsicherheit. Also wirklich, dass die Uhren nicht mehr so schnell kaputt gehen. Haben sich dann auch postwendend ganz viele Leute gemeldet, die Fotos von zerschlagenen Apple-Watches gezeigt haben. Ja, ich hatte bislang immer Glück, mir ist noch keine kaputt gegangen. Aber ich passe auch höllisch auf, dass sie mir nicht runterfallen. Auf jeden Fall, das ist ein großer Wunsch. Und das wäre sicher auch etwas, was man machen könnte. Und der Gurmen schreibt im Artikel, so heißt der Autor Mark Gurmen, bekannt für ganz, ganz viele Apple-Leaks, dass es irgendeine Plastik-Gummi-Variante sein könnte, die da Apple in der Planung hat. Das wäre natürlich sehr spannend. Und wie gesagt, also das war der größte Wunsch in meinen Umfragen. Kratzfestigkeit, Bruchsicherheit, dass man sich weniger Sorgen um die Apple-Watch machen kann oder muss. Manche haben berichtet, sie gehen damit klettern und haben sich schon übel zerkratzt. Also das scheint tatsächlich ein Anliegen zu seiner Apple-Watch, um die man sich weniger Sorgen machen muss. Der zweite Punkt, der auch aufgetaucht ist, ist Akku. Und stimmt natürlich, bei Outdoor-Uhren ist Akku noch viel wichtiger. Wenn du irgendwo im Zeugs draußen bist, dann willst du nicht laden. Ja, kannst du nicht laden. Da müsste natürlich der Akku größer sein. Und das würde ja der Outdoor-Uhren sowieso in die Hände spielen. Outdoor-Uhren oder so Robust-Uhren sind ja per se relativ groß und kloppig. Und die hier wurde übrigens jeweils das Monster oder der Pneu genannt. Und wenn du eine größere Uhr hast, kannst du auch einen größeren Akku reinmachen. Das wäre natürlich wirklich interessant. Eine drei Tage Apple-Watch Explorer Edition oder sowas. Das wäre sehr, sehr spannend und denke auch, das würde sehr, sehr viele Leute da draußen interessieren. Und ja eben, sie wären dann halt riesig. Aber Leute mögen große Uhren. Ich mag das nicht besonders. Aber große Uhren sind immer noch sehr beliebt, obwohl der Trend wieder ein bisschen zu kleineren Uhren geht. Apropos Trends und Größe. Was mich an der Uhr am meisten interessiert, ist natürlich das Design. Wie sähe so eine Apple-Watch denn aus? So eine Outdoor-Apple-Watch. Es gibt jetzt schon für die Apple-Watches ganz, ganz viele Gehäuse, die man auf die Uhr stecken kann. Ich sehe die jeweils oder ich sah die jeweils, als ich noch in die USA gereist bin. Jeweils am Zoll. Da haben die Zollbeamten häufig Apple-Watches getragen mit irgendwelchen ganz martialischen Gehäusen drumherum. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Varianten davon. Die Idee ist auch nicht neu, dass man die Uhr irgendwie noch zusätzlich schützt. Das geht zurück auf die ersten Armbanduhren damals. Nur kleiner Exkurs, keine Sorge. Aber damals im Ersten Weltkrieg wurden ja Armbanduhren überhaupt erst populär. Vorher hatte man immer die Taschenuhren. Und dann hat man halt gemerkt, dass Piloten und Soldaten, dass das ein bisschen mühsam ist, wenn man da irgendwie noch die Uhr herausziehen muss. Und am Handgelenk konnte man viel schneller auf die Uhr gucken. Darum hat sich das damals durchgesetzt. Ich verlinke unten am Video auch noch einen lustigen Artikel aus der New York Times von 1916, wo sie so schreiben, dass die Armbanduhr langsam nicht mehr irgendein alberner Trend, sondern wirklich Realität wird. Und ja, damals gab es auch schon Bestrebungen, die Uhr zu schützen, weil damals waren die Gleiser noch unglaublich brüchig. Und da gab es zum Teil ganz, ganz aus heutiger Sicht abenteuerliche Konstruktionen wie das hier. Das hat man einfach Metallgitter oben auf die Uhr drauf gemacht, dass sie geschützt wird. Das wird Apple sicher nicht machen. Aber ich dachte, das kann ich gut bei der Gelegenheit auch mal noch schnell zeigen. Also die Bestrebungen, besonders robuste Uhren zu machen, ist nicht neu. Aber wie das bei Apple aussehen würde, ich kann mir vorstellen, irgendwie durchaus ein bisschen sportlicher, ebenso wie diese Hüllen, die man draufklipsen kann. Andererseits natürlich muss man auch aufpassen mit dem Design. Wenn man dann eine Apple Watch macht, die besonders robust ist, sehen die anderen dann plötzlich nicht mehr so robust aus. Und da muss man schauen, dass man da eine gute Balance findet zwischen die neue Uhr toll aussehen lassen und die anderen Uhren nicht wie eine fragile Porzellanvase ausschauen lassen. Also das ist nicht einfach. Da bin ich gespannt, wie Apple das lösen wird, so sie es überhaupt lösen. Und der letzte Punkt, wie gesagt, im Artikel heißt es, die Uhr sei irgendwie so ein Plastik-Rubberized-Irgendwas, was sie da überlegen. Das hat natürlich noch einen weiteren Vorteil. Die Uhr könnte, bei Apple ist das immer Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, billiger sein. Ich überlege mir ja schon lange, wie könnte man die Apple Watch noch günstiger machen. Eine Plastik-Variante wäre ja nicht von der Hand zu weisen. Ich spekuliere immer gerne, dass es eine Apple Watch Swatch Edition gibt, mit ganz viel bunten Farben. Aber klar, da mögen sich die Konzerne viel zu wenig, um sowas ernsthaft zu überlegen. Aber wäre vielleicht die Outdoor-Apple Watch gar nicht die Premium-Variante, sondern eine günstige? Klingt irgendwie nicht nach Apple, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vermute, es wird dann eher ein teureres Premium-Produkt. Irgendwo vielleicht unterhalb der Stahl, aber doch teurer als Alu. Aber eine Plastikuhr hat durchaus Potenzial, beim Preis noch mal ein bisschen was zu verändern. Aber eben, wie gesagt, alles Kaffeesatz, Leserei, Spekulationen und munteres Rätselraten wissen tun wir gar nichts. Aber mich hat die Idee einer Outdoor-Apple Watch sehr fasziniert, dieses Wochenende. Und falls ihr auch noch Gedanken dazu habt, was euch noch etwas aufgefallen ist, was ich nicht dran gedacht habe, beispielsweise den Akku, dass der ja größer sein könnte in einer größeren Uhr. Daran habe ich erst gar nicht gedacht, das haben mir auch erst Leute unten an den Umfragen erklärt. Also unbedingt unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Und sonst würde ich sagen, Abos abschließen, nicht vergessen. Daumen hoch, falls das Video gefallen hat. Daumen runter, falls... Nein, bitte keine Uhrenvideos mehr, Raffel. Wir haben viel zu viele Uhrenvideos. Nein, keine Sorge, ich mache viel zu gerne Uhrenvideos. Selbst wenn alle Daumen nach unten drücken, wird es weiter Uhrenvideos geben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.